Freunde, es ist wieder so weit eine neue Folge von DART und heute machen wir DART mal ganz, ganz anders, weil bis jetzt hatten wir DART immer so, dass wir irgendwo runtergesprungen sind, Sachen geworfen haben und so weiter. Aber heute machen wir DART mit der Harpune, Freunde, deswegen seht ihr gerade, haben wir diese Harpune am Start. Und wenn wir das mit der Harpune machen, brauchen wir auch den Harpunenfischer höchstpersönlich. Burak! Äh, äh. Ich freigere mich, hier mitzumachen. Es gibt nur einen wahren Squad für Dingens. Ich war nach Hause. Ich dachte schon, weil er gesagt hat, als Baba anbaut, da kommt so ein Müll, Digga. Okay, Leute, wir haben noch Blaze mit am Start. Da wird es, glaube ich, jetzt auch nicht besser. Das geht, äh. Ich werde, glaube ich, sterben, weil ihr wegen der Harpune? Ja, super. Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video und dann kommt auch wahrscheinlich der Part, wo ihr versteht, wie das funktioniert. Mal, Erklärungspart brauchen wir nicht. Einig von euch kennen diesen Map wahrscheinlich schon, denn wir nehmen wieder auf der altbekannten, öffentlichen, KidMap, offizialen DART-Death-Match-Map auf. Das ist auf einmal der beste Titel, den ich jemals aufgestellt habe. Und heute machen wir das Ganze mit einem seitlichen Board. Burak darf anfangen, ist zwar gerade kein DART-Squad am Start, aber Burak hat trotzdem den Vortritt. Von daher würde ich sagen, wir gehen inspektieren und Jimmy, mach deinen Turn. Komm, äh. Burak kommt mit Deadpool, auf geht's. Oh, ich sag direkt Gold, direkt Gold, direkt Gold. Oh, der Dreck Gold. Oh, oh. Oh. Was ist das, was ist das? Er hat Dreck Gold. Aber ich seh's noch nicht. Es ist. Halt's mal, goldene Pump. Er hat die goldene Pump, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir auch was Geiles kriegen, weil Leute, eins von vier goldenen items ist schon weg und man kann keine goldenen Sachen mehr doppelt kriegen. Okay, dann ist der Boss direkt als zweites dran. Von daher, let's go. Oder ich hab gerade die Stimme verloren. Und das war der schlechteste Toil, den ich jemals gemacht hab. Oh. Hast du noch was? Hast du was? Oh mein Gott, goldene Pump. Halt's den Maul. Die Sache ist, Leute, wir haben gesagt, wir dürfen so oft spammen, wie wir wollen und so weiter, damit wir so viele Waffen im Run holen, wie es geht. Und ich hab einfach mit dem ersten Shot direkt die goldene Heavy Pump bekommen. Holy shit, Freunde, ich würde sagen, das war ein guter Run. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Runde aber sogar zwei Waffen. Okay, Blasease. Willst du jetzt machen? Ey. Okay, wir machen zusammen. Warte, 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 chill, 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 chill. Ich stelle mich kurz hier hin. Ja, ja, ja. Okay, bereit? Ja. Okay, warte, ich brauche Eis. Eis, Eis, let's go. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Blase fliegt. Komm, ich will auch noch was Goldes haben. Blase fährt und er schießt auf. Alter, ob jeder direkt Gold? Haben wir das ein bisschen zu leicht gemacht? Äh, ja, Freunde, ich glaube, wir müssen sich vielleicht ein bisschen ändern. Aber an sich ist, glaube ich, jetzt eh jedes Gold weg. Es ist nur noch eins da, das könnt ihr sich als Burak-Eigene nicht holen. Aber das ist gar nicht so, Babab, oder das ist ein Minigard? Ja, dann, von daher, scheiß drauf, wir machen jetzt weiter. Jeder hat eine goldene Waffe, ist aber auch was Schönes. Blase geht rein, Bruder, kommt raus. Wie er das gerade aussah. Bruder, komm, ich will deine Power, flieg mit. Okay, warte, warte, warte. Komm, Bruder. Komm, Bruder, kick down. Warte, nein, ich kann nicht. Au. Und, ähm. Äh. Wir haben es selber gemacht, oder? Ja, haben wir. Cut, cut, cut. Piep, piep. Äh, komm, Bruder. Bruder, ich fahre. Komm. Ja. Ah, Bruder, meiner packt nicht so viel PS wie deiner. Bruder, du bist ein bisschen langsam. Okay, Bruder, jetzt mal ohne Power, vielleicht klappt es dann besser. Ah, warte, ich stehe ein bisschen graffiti. Oh. Oh, Bruder, ey. Und, Bruder, kommt schon. Bruder, springt. Er schießt. Er öffnet schon wieder. Bruder, reicht dir? Ey, disconnected. Gut, Freunde, ich würde sagen, Bruder hat jetzt einen dritten Versuch verkackt. Von daher, ähm, ich bin wieder dran. Ey, Jungs, mein Cousin, aber Hamza hat sich schon wieder eingeschickt an meinem PC, ja? Der Wix hat die ganze Zeit bei euch mitgespielt. Ich muss nochmal machen. Ah, ja, ja, du kannst nach mir wieder, Bruder. Ich bin jetzt dran. Ja, ja, ja. So, Freunde, ich bin wieder dran und ich versuche jetzt wirklich mal zwei auf einmal zu kriegen, weil die Sache ist, okay, dann würde ich sagen, versuche mich jetzt mal zwei auf einmal zu holen. Und die Sache ist, das wird halt geistisch schwer, weil halt einfach Geister immer schwer sind und deswegen schweren sich die Geister. Oh. So schwer wie Odomar oder so schwer wie du? Das wird nichts, war wohl nichts. Ey, ich schwöre, warum haben wir bis jetzt nur Gold getroffen? Warum sind wir so scheiße? Ich mache einfach gleich nochmal scheiß drauf, Leute. Die hören nicht, die sehen nichts. Ich mache einfach. Und jetzt kommt. Ey, dann darf ich aber auch. Ey. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Ja, Burak, alle verkackt. Ich komplett verkackt. Blaze, halt, den mach du jetzt einfach. Wenn der jetzt trifft, ich schwöre, ich springe einfach von der Brücke direkt unten auf diese Bohr. Komm, Blaze springt. Okay. Er schießt. Er trifft. Ab getroffen. Er trifft Lila. Er trifft. Aber es ist Müll, Digga. Was ist das? Diese Dinge in Twitter. Das ist echt Müll. Es geht, Bruder. Es geht, wenn wir alle nur Shotgun haben, Digga. Freunde, ich würde sagen, Blaze hat immerhin etwas getroffen. Burak, du darfst jetzt nochmal. Bruder, ich treffe jetzt auch. Guck. Nein, nein. Ich habe versucht, Bruder zu ziehen. Und er hat Lila bekommen. Oh, ich habe fast zwei Sachen. Ich habe es gerade gesehen. Aber Lila, was ist das? Oh, was ist das? Ich sehe es nicht. Wo ist es überhaupt? Hier, da. Ich treffe es. Oh, was? Oh, was? Äh, ja, Freunde. Mein Dance, mein Ohr klingelt. Ich muss los. Uwe ist da. Okay, was ich jetzt als allererstes mache. Ich gehe jetzt wieder zum Spectator, Leute. Das müssen wir eigentlich immer am Anfang machen. Keine Ahnung, warum ich es immer jetzt erst mache. Ich schaue mir mal das Feld an. Was können wir überhaupt für geile Sachen kriegen? Ich habe eine Shotgun und eine Harpune. Ich bräuchte am besten noch eine Sniper oder sowas. Oder halt eine AR-mäßig. Heißt, ich sollte am besten echt da hinten auf Lila aim. Entweder rechte Seite oder links. Okay, okay. Ich habe meinen Plan, Leute. Ich aim diese ganze Seite hier links ab. Okay, dann hoffen wir, Leute. Let's go. Ich markiere es mal. Auf geht's. Komm, bitte. Bitte geben mir ganz viele Eit... Versuch Nummer zwei, Freunde. Und dieses Mal bitte ohne Gleiter. Oh, oh. Ich habe zwei Items bekommen. Ich habe zwei Items bekommen. Warne aber. Ich habe zwei Items bekommen. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe eine Heavy AR und dann noch eine graue AR. Ja, okay. Ich habe einen Items bekommen. Ich habe zwei Items bekommen. Ich habe zwei Items bekommen. Egal, Freunde. Es ist halt einfach aus Flex geiler, wenn ich jetzt viel Waffen habe und ich habe drei. Okay, dann Blaze. Komm. Warte, warte, warte. Ich brauche eins. Warte, warte. Hallo. Ja, 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 ja. Ja. Okay, dann kannst du in drei, zwei, eins. Danke. Ich dachte, ich ziehe dich zurück. Nee. Ich habe aber eine geile Idee. Komm, fahr mal. Fahr, fahr, fahr. So, er kommt. Nein, ich dachte, ich kann dich herziehen. Aber er hat trotzdem Lila. Und das hast du bekommen. Aber nur eine Pistole. Nein, sag jetzt nicht. Das ist eine Pistole. Dann dreh ich durch. Dann an den Story. Es ist eine Pistole. Aber die ist stark, Digga. Ich will die stark. Vor allem, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich genug Loot. Burak hat sowieso Opinion. Nein, nein, nein. Mein Video, meine Regeln. Einmal, noch einmal. Nimm meine neue Video. Ja, okay. Burak darf noch einmal. Wir machen Dora zusammen. Komm, wir machen es zusammen. Drei, zwei, eins. Ich go. Let's go. Ey, warte, wenn der was gezogen hat. Ja. Keine Ahnung, wir sehen mal. Burak hat nichts getroffen. Oh, er hat was. Ich habe eine APG. Ich habe eine APG. Blaze hat nichts getroffen. Und ich bin der Einzige, der Gleiter geöffnet hat. Bin ich dumm? Jetzt noch mal eine Pistole oder was? Nee. Gehört dir, Bruder. Ich habe dir die geklärt. Ey, Dankeschön, Bruder. Nimm, 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 nimm. Dann würde ich sagen, geht's ab ins Nächste. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Loot. Vor allem die SMG gefällt mir richtig gut. Äh, Blaze, willst du kurz deinen Loot zeigen? Das ist meine Waffe. Gib mal her. Ja, dann komm her. Wir sehen uns wieder, Stift. So, Freunde, dann würde ich sagen, geht's jetzt auch schon los. Wir gehen hier rein in die Battle Map und mal gucken, welchen Spawn wir kriegen. Uuuuh. Die Spawn sogar hier oben, Alter. Dann wird es jetzt Zeit, Leute. Ihr kennt die Regeln. Alle haben drei Leben. Und es geht los in drei, zwei, eins. Let's go. Lass die offiziellen Hunting-Spiele beginnen und lass Blaze gejagt werden. Ey, hallo. Wo ist er eigentlich? Freunde, es kann sein, dass wir noch ein paar Lamas haben. Ey, lass die zu. Hey. Warum sind die aber so viele Lamas? Voll der Scheiß. Bruder, chill, chill, chill. Es ist doch Spaß. Walla. Bruder, du hast mich angeschossen von Seite wie ein Nichtbruder. Aber komm, dafür Dingels, lass Blaze holen. Hey. Bruder, auf dieser Map sind ja mehr Lamas als Wände. Sag doch, ganze Cousin-Bande. Ich will. Lass einfach drinnen. Egal, Leute, wir lassen es einfach drinnen. Keine Ahnung, brauchen wir tausend Lamas drin sind auf einmal. Blaze hat 150er-Hit, Bruder. Oh shit. Freak it. Ey, du 31er schon wieder. Oh, was ein Shot. Hallo, ich schütze Blaze, ich schieße mich ab. Das war... Danke, danke, zwei gegen eins. Danke. Bruder, das ist das Ding, wenn du mich immer so von hinten... Aber dafür ist jetzt Blaze auch dann. Ja, weil ich dachte, ich beschütze Blaze mal ganz kurz so. Und auf einmal, er schießt mir den Rücken. Deswegen, Leute, mach ich den immer runter. Deswegen, wisst ihr? Für alle, die schreien, mach Blaze nicht runter. Holy shit, wir sind ja gerade gestorben. Ich, Bruder. Mein zweiterste Leben. Mein Schießaufmensch. Ich dachte, wir sind... Brü... Nein! Spaß. Alles Spaß. Ey, die Shotgun, nicht Shotgun. Ja! Da kommt was große. Boom, boom. Äh, Burak. Ja, bitte? Ey, hör auf mich so an zu ihm. Ey, du. Ich hab den Shot schon gespielt. Komm, Harpoon Battle. Komm. Ey, was kommt denn da von... Komm, Harpoon Battle. Wo ist Blaze? Ach so, er schickt da oben auf einmal. Komm, lass mal Blaze holen. Dann machen wir faire Harpoon Battle. Hä, hallo, nicht ich. Tschüss Blaze. Tschüss Blaze. So, wie viele Leben... Oh Gott, war der knapp, Digga. Wie viele Leben hast du? 100. Nein, nein, nein. Übrige. Eins. Das ist mein letztes. Komm. Oder gebe ich schon so Free Kill? Nö, ich hole nicht. Hallo Blaze, geh mal weg. Ey! Ach, Blaze ist raus. Der ist gar nicht da. Keine Ahnung, ich hab halt Geister gesehen. Sorry. Ahaha! Bist du jetzt froh? Bist du jetzt. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020